Liebe LR-Familie, heute öffnen wir zusammen das 11. Türchen in unserem Adventskalender und darin befinden sich unsere Super-Omega-Kapseln. Denn unser Körper kann keine eigenen Omega-3-Fettsäuren über den Stoffwechsel herstellen. Wir müssen immer so ein bisschen nachhelfen über die Nahrung, was natürlich auch unter anderem Fisch ist. Und der eine oder andere unter euch, so wie meinerseits, mögen vielleicht keinen Fisch oder essen es ja unregelmäßig. Und hier haben wir den perfekten Begleiter, der uns da so ein bisschen unterstützt. Denn mit nur drei Kapseln am Tag können wir trotzdem unseren Tagesbedarf abdecken und haben somit den Beitrag zu einer normalen Herzfunktion, ohne jeden Tag Fisch essen zu müssen. Also wenn es dir da genauso geht wie mir, dann solltest du dir auf jeden Fall diesen perfekten Begleiter und somit dieses Angebot sichern. Viel Spaß dabei!